Servus Leute, willkommen zu einem neuen Video, so ist das Video. Ich habe ja anlässlich meiner 300 Abonnenten versprochen, ein bisschen umzugestalten, ja, die ja so ist das Videos werden in Zukunft also immer hier stattfinden am Schreibtisch. Das liegt unter anderem auch daran, dass das Sofa von der Lichtposition her ziemlich ungünstig liegt. Also ich würde sagen, das ist jetzt alles unwichtig, ich fange an mit euren Kommentaren. 20 Euro, damit ich ins Video komme. Okay, dann immerher damit. Du bist ja vollgechillt, kannst du auch mal wütend werden? Natürlich kann ich auch mal wütend werden, wie so ziemlich jeder normale Mensch auch, allerdings ist das bei diesen Videos ein bisschen anders. Ich lese mir die Kommentare ja schon vor der Aufnahme des Videos durch und sollte ich da mal wütend werden, würde ich das dann nicht bei der Aufnahme nochmal tun. Kein Kommentar, keine Antwort. Ist mit Autotune nicht gemeint, dass während dem Singen die Stimme technisch verzerrt wird? Doch, und da hast du ziemlich recht, glaube ich. Aber ich konnte das in diesem Video jetzt nicht so gut als vor 15 Beispiel zeigen mit Singen dann. Und deswegen habe ich mir einfach gedacht, kann ich das auch mit Musik quasi verdeutlichen. Du weißt, dass du dich selber abonniert hast? Ich habe jetzt eine Bitte an alle, die glauben, ich hätte mich selber abonniert. Bitte geht jetzt mal auf euren eigenen Kanal oder Account und versucht euch selbst zu abonnieren. Da werdet ihr ziemlich schnell feststellen, dass dies nicht wirklich ist. Dieses Format ist witzig und steht auf Rande der Lustigkeit. Und deswegen würde mich dies freuen, wenn du das weitermachen könntest. Vielen Dank, dass es dir gefällt. Freut mich auf jeden Fall. Ich hatte ja nochmal am Ende des Videos gefragt gehabt, ob euch das Format jetzt so gut gefällt oder ob es doof ist, weil es als Deutschkurs rüberkommt, was es natürlich nicht tun soll. Aber anscheinend kam es ganz gut an und das sehe ich an den Bewertungen und Kommentaren wie diesem. Das war es auch schon wieder mit dem etwas kürzeren Ja, so ist das Video. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich über eine positive Bewertung oder ein Abo freuen. Wenn euch irgendwelche Fragen oder Kommentare auf den Fingern liegen, schreibt sie doch gerne mal in die Kommentare. Ich werde sie dann nach Möglichkeit beantworten und mich dazu äußern. Gerne könnt ihr auch ein bisschen Kritik unter meine Videos schreiben. Da würde ich mich auf jeden Fall freuen, denn woraus lernt man am besten? Aus Fehlern. Und ich sage, sieht man sich im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.